So, grüssen wir miteinander liebe Kundinnen und Kunden vom Weltbild Verlag. Mein Name ist Pedro Lenz. Dort kenne ich mich vielleicht als Mundart-Autor. Und jetzt habe ich ein neues Buch herausgegeben im Kosmos Verlag. Und zwar Der Gondoliere der Berge. In diesem Buch habe ich mal etwas anderes gemacht. Dann habe ich Hochdeutsch geschrieben. Es geht um Texte und Geschichten zu der Arbeit, zu der Arbeitswelt. Ihr wisst vielleicht, dass ich gerne und viel arbeite. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass andere Leute auch arbeiten. Und über die anderen, die arbeiten, habe ich geschrieben in diesem Buch. Jetzt würde es mich natürlich freuen, wenn ihr das Buch kauft. Vielleicht sogar die einer dieser 35 Weltbild-Buchhandelsfiliale in der ganzen Schweiz. Eine ist sicher in euch in der Nähe. Und die, die wollen, kann ich auch in einem Wettbewerb mitmachen. Der Online-Wettbewerb. Bei diesem Punkt kommt ihr ein Buch über, das ich persönlich widme dieser Person. Und ich habe natürlich Freude, wenn ihr das Buch nicht nur mehr kauft, sondern auch noch leset. Heut's gut.